Die zweite Grundlage Es ist die Kenntnis der Religion anhand von Beweisen. Der Islam ist das sich unterwerfen gegenüber Allah mit dem Tauhid, das sich Fügen ihm gegenüber in der Gehorsamkeit, und das sich Lossprechen vom Schirk und seiner Anhänger. Die Religion hat drei Stufen. Den Islam, den Iman und den Ihsan. Die erste Stufe der Islam Die Säulen des Islams sind fünf. Die Bezeugung, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah, und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, die Verrichtung des Gebets, die Entrichtung der Amenabgabe, das Fasten im Ramadan und die Pilgerfahrt. In diesem Abschnitt erläutert der Verfasser die zweite Grundlage, die Kenntnis des Dieners über seine Religion und beginnt dabei mit der Definition des Islams. Die erste Stufe der Islam Islam bedeutet sich zu unterwerfen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Tauhid, sich ihm zu fügen in Gehorsam und das sich Lossprechen von dem Schirk und seinen Anhängern. Das ist die Definition des Islams, dass du deine Angelegenheiten Allah übergibst, da du ein Diener bist und ein Diener unterwirft sich seinem Herrn. Dann teilte er die Religion in drei Stufen ein. Der Islam, der Iman und der Ihsan. Die Säulen des Islams sind fünf und die erste davon ist das Glaubensbekenntnis. Der Verfasser, Rahimahullah, möge Allah mit ihm barmherzig sein, nennt hier den Beweis für das Glaubensbekenntnis und verdeutlicht seine Bedeutung und diese ist, es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird außer Allah. Das aufrichtige Glaubensbekenntnis muss daher zwei Dinge enthalten. Die Bestätigung und die Verneinung. Die Verneinung ist in den Worten, es gibt keinen Gott und die Bestätigung ist in den Worten, außer Allah. Diese Aussage unterstützt eine Begrenzung und eine Bestätigung, da die gottesdienstlichen Handlungen nur für Allah begrenzt und bestätigt werden und sie werden für alle außer ihm als nichtig gesprochen. Deshalb sagte der Verfasser, die Bedeutung der Zeugenaussage wird in dem folgenden Vers verdeutlicht. Und als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Und weiter, ich sage mich los von dem, dem ihr dient. Das ist die Bedeutung von Es gibt keinen Gott, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Das ist die Bedeutung von außer Allah. Und der Beweis für das Glaubensbekenntnis sind Allah subhanahu wa ta'alas Worte. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen. Der Wahre der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Und die Bedeutung davon ist, es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird, außer Allah. Es gibt keinen Gott, bedeutet, dies ist verneinend gegenüber allem, dem neben Allah gedient wird. Außer Allah bestätigt, die gottesdienstlichen Handlungen für Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Er hat keine Teilhaber in seiner Anbetung, genauso wie er keine Teilhaber in seiner Herrschaft hat. Die Bedeutung der Zeugenaussage wird in folgendem Vers verdeutlicht. Und als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat, denn er wird mich gewiss recht leiten. Und er machte es zu einem bleibenden Wort unter seine Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. und er ist ein guter Punkt, denn er braucht eine Und er ist ein guter Punkt, sondern er ist ein guter Punkt, aber das ist ungefähr in der Nähe der Zouche und der Zouche Vielen Dank.